Ja, hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der 1. Generation mit dem Profil Emma. Und Emma hat gerade Mimi eingestellt und hat für Mimi einen weiteren IWQ gekauft und ist jetzt ziemlich wieder am Rande des Kreditforums angelangt, hat noch 10.000 Kredit. Der Rahmen ist ziemlich ausgeschöpft und das heißt also, es sind 16.000 fällig. Bis morgen müssen 16.000 Zins aufgebracht werden. Wir haben 9.000 Konto und wir müssen noch einen Auflieger für Mimi kaufen. Irgendwann mal. Also, die Arbeit neustach, das heißt also arbeiten. Aufträge. Ah, jetzt kriegst du mir jenigen Auftrag. Hier 12.000, den könnt ihr gebrauchen von Güteburg nach Helsingburg. Weil wir jetzt hier bei, weil wir jetzt hier den Kreditraum wieder ausgeschöpft haben, oder warum? Und dann hängt das damit zusammen. Was ist das denn für eine wichtige Liefung? Okay, Auftrag annehmen. Dann kriegt die Bursche Heisenburg 12.000 und die 8.000 wären dann 20.000. Okay, das heißt wir brauchen erstmal Licht. Wir brauchen erstmal Licht. Okay. Okay, wir fahren los. Und dann fahren wir mal da links runter. Da fahren wir raus und dann fahren wir rechts runter. Und dann fahren wir auch. Okay. Okay. Dann müssen wir halt wieder rechts runter fahren. Und dann wieder rechts runter fahren. Und dann wieder rechts runter fahren. Okay, haben wir. Okay, haben wir. Das haben wir schon mal geschafft. Wieder mit dem Land Greta. Erstmal raus. Jetzt müssen wir aus der Stadt raus. Aus Güteburg. Und dann müssen wir nach Helsingburg fahren. Also Schweden. Wieder eine Schwedentour. Und ja, Schweden habe ich. Da vorne. Biege nach rechts ab. Ich fahre mir noch ein bisschen schnell um die Kufen. Ich muss dann mal den Bildschirm justieren. Immer geradeaus. Okay. Und der Tank ist voll. Sehr gut. 205 Kilometer noch. Ja, 12.000 ist ja wieder eine Anstiegelöhnung. Kann man hier nicht meckern. Ich werde nicht hier materialisieren. Aber. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mal kommen. Ja. Fingst mal nicht gleich so an. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Also ein richtiges Materialis. Biege nach rechts ab. Okay. Das war wieder ein bisschen rasant hier. Ja. Und ähm. Gucken wir jetzt auf eine Autobahn. Könnte sein. Könnte auch sein. Okay. Wie sieht es jetzt aus? Sehr gut sieht es jetzt aus. Ja. Und weiter geht es weiter. Ja, das ist die 100. Tour. Die 100. Die 100. Tour am 12.000. Und ähm. Also wenn ich bei 98.000 bin, gerittet immer aus 8.80, dann gehe ich auch wieder gut Touren. Also ich schöpfe den Kredit, die haben richtig gut aus. Jetzt habe ich 780.000 Schulden gekrittet, die haben 780.000 und da sind da alte Kredite dabei, neue. Ja Meine Leute müssen da auch noch was beibekommen, die haben schon gut beigebracht. Also Genf trinken und dann die Oblast. Und ähm Und die Intensuation ist aus. So ist Also auf der Helsingburg im Regen, nahel im Regen, ist ja bisher mein schönes Wetter gehabt. Okay, die Intruder. Das ist meine Automatik-Schmennigkeit. Steht nichts. Ja Also jetzt haben wir vier EKWs in Bern und fünf Stück in Genf. Also neun EKWs insgesamt und und der Emma hat immer noch keinen eigenen. Dann kommt direkt rein. 715 von Lien. Sehr gut wie Lien. Weiter so. Lien ist auch eine fleißige kleine. Ich mache mehrere Tore am Tag. Wenn ich zwei, drei Tore mache, also sieben Monate, dann komme ich auch auf mein Geld unter sieben. Ja. Und dann haben wir noch die Dilli und jetzt haben wir die Mimi. Also innerhalb von zwei Teilen tragen, habe ich mehrere Leute eingestellt und ähm, die zweite Reise vorgemacht. sind wir in Zürich. Dazu brauche ich dann nochmal einen EKW und den muss ich mir einen leihen. und dann und dann und dann und dann ja und dann und dann und dann und dann Hmm. Zweite Tour heute, wieder drei Stunden ungefähr, das sind sechs Stunden. Also jeden Tag soll ich schon fahren, also drei Stunden sind auch komprimiert. Na, ich bin so fett, das sind langsam hier, wir sind siebzig oder für die Brotzeit von mir? Bitte, die mischen sie auch so. Achten sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die bestehen jetzt mal weg. Die Baumstimme vor der Nase, das passiert ja dann auch. Ah, ah. Da kommt KTV. Die KTV kann passieren. Und ich kenne auch der Grünen. Kostet was? 35. Das ist schief. Okay. Achten sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts nehmen? Ja. Okay. Wo geht's hier hin? In Helsingburg? Oder in der FG Mitte? Ja, wir sind gleich da. Genau. Sagen wir 16 Uhr. Das war die Tür Nummer 2. Kommt Nummer 12.000 dazu. So. So bin ich bei 9.000. So bin ich bei 9.000. So bin ich 9.000. Da kommt der her. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biegen nach rechts ab, demnächst links abbiegen, biege nach links ab, hier müssen wir rein. Wir sind heile angekommen. Okay. 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 Stop. Da hat ich ihn gerade. Stop. Da haben wir. Okay. Da sind wir jetzt bei 21.000. Also Emma ist auch Meister und hat das 21.000 am Guthaben. Mit den 10.000 Tagen können wir quasi... Da haben wir jetzt nicht. Das ist immer noch nicht. Genau. Da ist ja auch nicht. Da ist ja auch nicht. Da ist ja auch nicht. Der kostet 31.000, die Bank kostet 17.000. Ja, also, weiterarbeiten, weiterarbeiten, der Auflegerbaut in seiner Zeit, was heißt der Fahrmanager, ist die Mimi schon am Fahrrad, ja die Mimi fährt schon, die Mimi fährt schon und wird ihn, nein, Mimi hat doch keine Fahrt, Mimi hat doch keine Fahrt, Mimi hat doch keine Fahrt, oder kriegst du vielleicht keine, doch, Mimi hat bern, Mimi fährt bern nach Turin, ich kriegst du ja keine Rektor, ne, egal, Mimi arbeitet ja schon mal gut, Mimi arbeitet schon mal, und ähm, da war noch Zeit mit dem zweiten Aufleger, okay, 21.000, das heißt, jetzt die zweite Tour haben wir auch geschafft, dann wollen wir die mal abspeichern, dann machen wir die gleiche Sorte. Bis zum nächsten Mal.